Ey, was geht's? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten-Taktik-Video. Wir fangen an. Die Videos werden vermutlich immer relativ kurz. Wir fangen mit ein bisschen grundlegenderen Sachen an. Dann später gehen wir vielleicht auf spezifische Spielzüge, Running, Passing, Defense, alles am Start. Wenn ihr irgendwas schon immer mal wissen wolltet, jetzt ist die Zeit, das in die Kommentare zu schreiben. Ich bin hier mit zwei Kameras am Start. Da ist die erste und hier ist die zweite. Frage, die ich mir früher immer häufiger gestellt habe im Running Game. Was ist der Unterschied zwischen einem Man-Blocking-Scheme und einem Zone-Blocking-Scheme? Der Frage gehen wir heute schnell auf den Grund. Okay, also ich habe mein Whiteboard hier. Wir gehen mal zum Whiteboard-Screen. Ich habe was relativ Simples hier aufgezeichnet. Wir haben unseren Center, Left-Guard, Right-Guard, Right-Tackle, Tight-End. Defensiv, Defensive-Tackle, hier ein Nose-Tackle, der nächste Defensive-Tackle und der Defensive-End. Zwei Linebacker, theoretisch wäre das der Mike und das wäre vermutlich der Will-Linebacker. Was macht jetzt ein Man-Blocking-Scheme zu einem Man-Blocking-Scheme? Es ist ein bisschen das ältere System und das ist deutlich simpler von der ganzen Taktik her. Das bedeutet, die Defense wird ganz, ganz simpel durchnummeriert. Wir haben hier die 0, wir haben die 1, wir haben die 2 und wir haben die 3. Super 3 übrigens. Eh. Wem das bekannt vorkommt, das haben wir teilweise auch schon bei defensiven Spielzügen so gemacht, wenn es darum geht, die Bedrohung im Passing-Game zu nummerieren. Auf der anderen Seite ist das hier natürlich die 1. Bevor mich jetzt hier jemand wieder korrigiert oder sowas, falls ihr das andersrum nummeriert, von außen nach innen, kann man auch machen. Meistens wird es von innen nach außen gemacht. Jetzt die Blocks hier werden relativ einfach. Der Center-Block die 0, Guard die 1, Tackle die 2, Tight-End die 3 und auf der anderen Seite der Guard hat die 1 auf der Seite. Ist relativ simpel, ein Problem, was dabei allerdings entstehen könnte, wenn es jetzt defensiv irgendwas in Richtung Stunt geben würde, das heißt der Tackle kommt rein und er geht hier außen rum, würde theoretisch mit unserem Man-Blocking-Scheme der Tackle hier mitgehen wollen und der Guard wäre dann ein bisschen gefangen, würde nicht hier außen rum kommen, der Linebacker hat einen freien Weg zu unserem Quarterback. Man-Blocking verlässt sich auch generell darauf, dass die Offensive-Linemen in der Lage sind, ihre 1-gegen-1-Duelle zu gewinnen und deswegen, wenn man vielleicht nicht die allertalentierteste O-Line hat oder gegen eine sehr talentierte D-Line spielt, ist das nicht unbedingt immer empfehlenswert. Noch dazu im Man-Schießt du ins zweite Level, das heißt diese ja sehr modernen RPOs, diese Run-Pass-Options kann man damit nicht machen. Jetzt kommen wir zur Zone. Wie Zone schon sagt, kann man sich das ein bisschen wie spezielle Bereiche vorstellen, das heißt statt dass du einen Spieler hast, den du blocken musst und statt dass der Running-Back einen Pfad hat, wo er definitiv einfach durch muss, stattdessen blockst du das ganze Play ein bisschen mehr nach Zone, der Running-Back muss suchen, muss ich die freie Lücke finden und da durchrennen. Das wiederum heißt, wir haben hier nicht so simples Blocking, wo jeder einfach jemand nimmt, sondern wir haben verschiedene Zonen. Play-Side ist in dem Beispiel hier, beziehungsweise Strong-Side die rechte Seite, da geht unser Spielzug hin. Das bedeutet, wir haben diese beiden Gestalten hier, unseren Right-Guard und unseren Right-Tackle, beziehungsweise Play-Side-Guard, Play-Side-Tackle, die beide ihn hier in der Zone haben und auf der anderen Seite Center und Weak-Side-Guard haben den Defensive-Tackle in der Zone. Was heißt es jetzt? Ganz einfach, man muss am Anfang die Hüfte lesen. Das heißt, er hat einen Angriffspunkt auf der äußeren Hüfte, er hat einen Angriffspunkt auf der inneren Hüfte. Wenn die Hüfte zu ihm kommt, das heißt in die Richtung geht, dann übernimmt er den Block. Theoretisch ist es am Anfang ein Double-Team-Block, das heißt, sie sind beide auf dem hier. Dann arbeitet jedoch der hier, der Tackle, ins zweite Level und hat hier den Block auf dem Linebacker. Hier exakt das Gleiche, wenn der Defensive-Tackle, der Nose-Tackle hier, Weak-Side geht, dann kommt der Guard, hilft, hier ist am Anfang ein Double-Team, dann löst er sich ins zweite Level zum Linebacker. Tight End End immer noch relativ 1 zu 1. Ich habe gerade gesagt, das Ganze ist ein bisschen flexibler und man kann es meistens daran erkennen, dass der Running Back nicht mit den Pads Squats zur Line, also gerade zur Line of Scrimmage, gerade das Feld runter den Ball kriegt, sondern ein bisschen schräg. Dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass es Zone ist in den meisten Fällen und die Offensive-Line bewegt sich in die gleiche Richtung. Meistens haben die einen kleinen Drop-Stap, ungefähr 45 Grad oder genau seitlich in eine Richtung, denn beim Zone-Blocking versuchst du normalerweise die Defense ein bisschen in einen Flow zu kriegen. So kann man dann auch Outside-Zone und Inside-Zone super miteinander kontern. Wenn jetzt die Defense also das Ganze erkennt und versucht, das Ganze ein bisschen zu kontern, indem sie in die andere Richtung gehen, das heißt, wir haben sowohl den Nose-Tackle, der Richtung Playside geht, und auch den anderen Tackle hier, dann wäre das Ganze ähnlich, aber anders. Das heißt, man sieht hier, der Center übernimmt den in dem Beispiel und unser Guard arbeitet ins zweite Level und hier ist es letztendlich das Gleiche. Das heißt, unser Tackle übernimmt den Block, hier wird kurz gedouble-teamed und dann wird ins zweite Level gegangen, der Linebacker wird übernommen. Tight End immer noch auf einer Insel in unserem Beispiel-Spielzug hier. Ich möchte nicht allzu viel auf die Spielzüge eingehen, es könnte jetzt in dem Moment so aussehen, dass ein Inside-Zone oder irgendwas hier gecallt werden würde, das heißt, wir haben hier unseren Quarterback, Runningback übernimmt den Ball und liest hier jetzt, wo ist die Lücke. Ist die Lücke hier zum Beispiel? Ist die Lücke hier zum Beispiel? Wo geht's lang? Das sind verschiedene Routen. Deswegen ist es nicht wie beim Man-Blocking, dass man eine spezielle Route hat, einen speziellen Weg, den man laufen muss, sondern man muss als Running ein bisschen besser lesen können. Deswegen auch ein bisschen verschiedenes Personal. Wenn du mehr im Man-Blocking-Scheme bist, hast du eher diese Powerbacks, die dicken, die einfach wirklich mit Explosivität, Schwung, Kraft sich durcharbeiten können. Im Zone-Blocking-System hat man immer ein bisschen eher diese Jitterbugs, die sich also ein bisschen rumzitternd Leute aussteigen lassen, sich dann für eine Lücke entscheiden und durch. Ich hoffe, das Ganze war halbwegs verständlich erklärt. Ich hoffe, man konnte das mit dem Whiteboard halbwegs gut sehen. Erstes Video. Ich werde in Zukunft weiter sowas machen. Wenn hier Fehler drin sind, werde ich versuchen, die zu beheben. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst mir in den Kommentaren da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr neu seid, abonniert auf jeden Fall. und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.